Das vierte Geheimnis erfolgreicher Unternehmer Entwerfen Sie Ihr Navi fürs Leben Die Zukunft, die wir uns wünschen, werden wir nur bekommen, wenn wir eine Vision von ihr haben. Per Dahlin, norwegischer Pädagoge, 1936 bis 2010 Die Australierin Bronnie Ware ist Palliativpflegerin. In dieser Funktion hat sie viele Menschen am Sterbebett bis in den Tod begleitet und, darüber in ihrem internationalen Bestseller, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, berichtet. In diesem Buch beschreibt sie die Geschichte von John, einer Führungskraft mit gutem Gehalt und wenig Zeit für seine Frau Marguerite. Über 15 Jahre dauern die ewigen Streitereien in ihrer Ehe über seinen Eintritt in den vorzeitigen Ruhestand an. Als John endlich in Rente geht, blüht Marguerite auf. Sie macht umfangreiche Pläne für all die Reisen, die sie zusammen machen wollen. Dazu kommt es aber nicht mehr. Marguerite wird schwer krank und stirbt kurze Zeit später. Natürlich habe ich meine Arbeit geliebt, sagt John Jahre später, als auch er im Sterben liegt und von Bronnie Ware gepflegt wird. Aber wofür? Das wirklich Wichtige, meine geliebte Marguerite, habe ich aus den Augen verloren. John bereut, dass er zu viel gearbeitet hat. Er hat nur auf seine Karriere gesetzt und darauf geachtet, was sein Umfeld von ihm dachte. Alle Männer, die ich gepflegt habe, haben das gesagt, so Bronnie Ware. Fast alle haben zu viel gearbeitet und zu wenig gelebt, weil sie Angst hatten, nicht genug Geld zu verdienen oder ihrer Karriere wegen. Die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben verlieren wir im Tagesgeschäft aus den Augen. Wenn ich mich und meine Hamsterrad-Karriere so betrachte, hätte auch ich alle Dinge, über die Bronnie Ware schreibt, an meinem Lebensende bereut. Mitten im täglichen Firefighting war auch mir alles, was mir wirklich wichtig ist, abhandengekommen. In der zu Anfang in diesem Buch beschriebenen Krise hatte mich ein simpler Wasserkasten, eine Bitte der Menschen, die mir in meinem Leben am meisten bedeuten, aus der Bahn geworfen. Ich hatte die Orientierung in meinem Leben komplett verloren. Ich habe die falschen Prioritäten gesetzt und zu viel Zeit in meine Arbeit und Dinge investiert, um von meinem Umfeld als erfolgreich wahrgenommen zu werden. Auch wenn mir diese Situation und alles, was damit einherging, im Nachhinein unendlich peinlich ist, bin ich froh, dass ich diese Situation durchleben durfte. Dank dieser Krise wurde mir klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Ansonsten würde ich wie John und alle anderen Männer, über die Bronnie Ware in ihrem Buch schreibt, enden. Mit der Reue, viel zu viel gearbeitet und zu wenig geliebt zu haben. Am Tag meines zu Anfang beschriebenen Wasserkasten-Moments saß ich in meinem Auto, starrte vor mich hin und mir wurde genau das bewusst. Ich musste unbedingt etwas an mir und meinem Leben ändern. Das war für mich der Startschuss in ein neues Zeitalter des Selbstmanagements. Ich habe mein eigenes Navi fürs Leben entworfen. Meinen Lebensplan, den ich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt habe. Aber nicht nur das. Mit dem Navi fürs Leben und der dahinter stehenden Technik zur Lebensplanung habe ich in meinen Workshops und der Online-Akademie Hunderten von Unternehmern und Selbstständigen zu einem selbstbestimmten Leben verholfen. Grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass jeder Unternehmer und Selbstständige ein Navi fürs Leben braucht. Sich die wichtigen Dinge im Leben vor Augen zu führen, sich die eigenen Werte bewusst zu machen und dadurch an seinen Prioritäten zu arbeiten und diese immer wieder zu hinterfragen, hat noch nie jemandem geschadet. Mehr noch. Für mich ist das Navi fürs Leben ein wichtiger Baustein zu einem selbstbestimmten, glücklichen und letztendlich erfolgreichen Leben. Die meisten Unternehmer beschäftigen sich erst nach oder während einer Krise mit diesen Themen. So wie ich auch. Dabei gibt es im Vorfeld vielfältige Zeichen, die auf die Notwendigkeit eines Navis fürs Leben hindeuten. 1. Sie erreichen Ihre Ziele nicht Obwohl Ihnen Ihre Ziele klar sind, erreichen Sie diese nicht. Das können Dinge wie ein Umsatz- oder Renditeziel sein, aber auch größere wie zum Beispiel, sich endlich aus dem Tagesgeschäft im eigenen Unternehmen zurückzuziehen. Immer hält Sie irgendetwas auf. Immer kommt etwas dazwischen. Sie kriegen DPS nicht auf die Straße und daraus entsteht eine große Unzufriedenheit. Mit dem Navi fürs Leben haben Sie einen eindeutigen Wegweiser für die Erreichung Ihrer Ziele und Träume. 2. Sie sind sich Ihrer Ziele und Ihrer Bestimmung nicht bewusst. Noch viel schlimmer wiegt der Umstand, sich seiner Ziele und seiner Bestimmung nicht bewusst zu sein. Das große Ziel, das Warum, ist nicht klar und so fehlt auch jede Motivation. Wie sagt Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph von 1844 bis 1900 dazu so schön, Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Ohne ein übergeordnetes, starkes und motivierendes Warum fühlt sich jeder berufliche und finanzielle Erfolg irgendwann leer und sinnlos an. Das Ziel, eine Million Euro an Vermögen aufbauen, mag kurzfristig motivieren, aber langfristig ist das kein starkes Warum. Solche Ziele sind oft zu dünn und tragen nicht. Mit dem Navi fürs Leben werden Sie sich Ihrer Bestimmung und der damit verbundenen Ziele glasklar bewusst. 3. Sie sagen öfter Ja als Nein und damit Nein zu sich selbst. Wir alle wollen anderen Menschen gefallen. Das ist in unserer DNA so einprogrammiert. Daher sagen wir auch immer gerne Ja, wenn von uns etwas erbeten wird. Was uns dabei nicht bewusst ist, jedes Ja geht immer auf Kosten der eigenen Wünsche und Ziele. Mit dem Ja zu jemand anderem sagen Sie Nein zu sich selbst. Zu Ihren Wünschen, Zielen und den Dingen, die Ihnen wichtig sind. Mit jedem Ja zu jemand anderem sagen Sie Nein zu sich selbst. Mit dem Navi fürs Leben haben Sie einen klaren Kompass für Ihre Prioritäten und ein Nein fällt Ihnen damit deutlich leichter. 4. Sie treiben auf die Niagara-Fälle zu. Das Niagara-Fall-Syndrom geht auf den US-amerikanischen Motivationskünstler Tony Robbins zurück. Er beschreibt damit den Zustand, den viele von uns kennen. Wir lassen uns gemütlich durch das Leben treiben, wie in einem kleinen Boot auf einem ruhig dahin fließenden Fluss. Dass dieser Fluss, der gerade noch so ruhig und sanft fließt, auf die Niagara-Fälle zusteuert, haben wir nicht vor Augen. Und so treiben wir mit unserem kleinen Boot unaufhörlich auf die Katastrophe zu. Ehe wir uns versehen und ehe wir noch etwas ändern können, ist es zu spät. Die Niagara-Fälle tauchen auf und es geht schlagartig abwärts. Persönliche Niagara-Fälle gibt es viele. Die geläufigsten unter Unternehmern, Herzinfarkt, Schlaganfall, Alkoholsucht, Burnout und Scheidung. Ohne das Bewusstsein der eigenen Werte und Ziele treiben Sie unaufhörlich auf die Niagara-Fälle zu. Obwohl Sie schon im Unterbewusstsein spüren, dass etwas nicht stimmt, etwas total aus dem Ruder läuft, wollen Sie es nicht wahrhaben. Oftmals kommen erst nach den Niagara-Fällen das Einsehen und Erwachen. Oftmals ist es dann aber bereits zu spät, den entstandenen Schaden rückgängig zu machen. Mit dem Navi fürs Leben erkennen Sie eindeutig, ob und falls ja, auf welche Katastrophen Sie gerade zusteuern. Sie machen eine ehrliche Ist-Analyse Ihrer Situation. Durch diese klare Sicht auf Ihr Leben können Sie rechtzeitig gegensteuern, einen anderen Weg einschlagen, so dass es nicht zu den Niagara-Fällen kommt. Fünftens, Sie haben das Hamsterrad-Gefühl. Sie kennen das. Sie geben Vollgas, ohne vorwärts zu kommen. Sie strampeln, strengen sich an und treten doch nur auf der Stelle. Sie fühlen sich fremdgesteuert und stellen die eigenen Wünsche und Bedürfnisse immer hinten an. Der Blick in Ihren Kalender und auf die To-Do-Liste lässt Sie immer ohnmächtig zurück. Die ursprüngliche Begeisterung für das eigene Unternehmen ist verflogen und Sie haben den Spaß an der Arbeit verloren. Das klassische Hamsterrad-Gefühl. Die eigene Selbstständigkeit, das Unternehmer-Sein, hatten Sie sich doch ganz anders vorgestellt. Statt Freiheit und Selbstbestimmung dominieren Frust, fehlende Perspektive und eine große Unzufriedenheit. Im Hamsterrad-Gefangen neigen wir dazu, den äußeren Einflüssen die Schuld an unserer Situation zu geben. Sie gleiten ab in die Opferrolle. Mit dem Navi fürs Leben steigen Sie nachhaltig aus dem Hamsterrad aus. Sie haben Ihre Ziele, Wünsche und Werte präzise definiert und auch terminiert. Sie folgen einem klaren, nachvollziehbaren Plan und nehmen das Zepter des Handelns wieder selbst in die Hand. Sollte einer oder mehrere dieser Punkte auf Sie zutreffen, wird es höchste Zeit für Ihren Navi fürs Leben und Ihren eigenen Lebensplan. Mit dem Navi fürs Leben, auf das ich in diesem Kapitel detailliert eingehen werde, wird Ihnen das Leben viel leichter fallen. Sie werden ein sicheres Gespür dafür entwickeln, welche Aufgaben wirklich wichtig sind und das Wort Nein wird Ihnen viel leichter über die Lippen kommen. Sie steigen nachhaltig aus dem Hamsterrad aus. Im Flugzeug nehme ich immer einen Fensterplatz. Ich liebe diesen einmaligen Blick aus 10.000 Metern Höhe auf die Welt. Alles ist so schön strukturiert, übersichtlich und klar. Wenn ich den Blick über die Städte und Landschaften schweifen lasse, muss ich immer an die Menschen dort unten in ihren Häusern, Büros und Fabriken denken. Sie sind auf ihre Arbeit fokussiert und die täglichen Herausforderungen halten sie unermüdlich auf Trab. Sie haben nicht den Überblick wie ich, der aus luftiger Höhe auf alles herabblickt. Dieser Blick aus dem Flugzeugfenster macht mir immer wieder bewusst, wie wichtig dieser Überblick über das eigene Leben ist. Würden wir uns nicht alle wünschen, einmal in aller Ruhe und Gelassenheit aus dieser Perspektive auf unser Leben herabzublicken? So bekämen wir den Überblick, den wir im Tagesgeschäft, im täglichen Feuerwehreinsatz nicht haben. Alle wichtigen Entscheidungen und das Setzen von Prioritäten würde uns so viel leichter fallen. Gerade wenn etwas nicht rund läuft oder wir das Gefühl haben, etwas ändern zu müssen, würden wir uns diese Perspektive, von oben auf unser gesamtes Leben herabblicken zu können, wünschen. Wir würden erkennen, ob wir auf die Niagara-Fälle zutreiben und wo wir noch gegensteuern können. Wie schön das wäre und wie einfach uns Entscheidungen fallen würden. Das Konzept der Lebenskonten bietet Ihnen genau das, die Perspektiven aus 30.000 Fuß Höhe auf Ihr Leben. Ein Beispiel. Uwe ist Unternehmer. Er hat seine Firma vor über 20 Jahren gegründet und sich nicht nur einen guten Ruf, sondern auch ein ansehnliches Vermögen aufgebaut. Er hat alles für seine Firma gegeben und dabei ist es ihm sogar gelungen, seine Familie beisammen zu halten. Jede freie Zeit außerhalb seines Unternehmens hat er mit seinen Kindern und seiner Frau verbracht. Dabei hat er aber sich selbst und seine Gesundheit komplett aus den Augen verloren. Übergewichtig und mit miserablen Cholesterinwerten kam es, wie es kommen musste. Herzinfarkt mit 58. Stents, Bypass-Operation, das volle Programm. Uwe war die Work-Life-Integration nicht gelungen. Er hatte sich nur auf den Job und sein Unternehmen fokussiert. Er war schnurstracks auf die Niagara-Fälle zugetrieben und muss jetzt mit den Konsequenzen leben. Ich hatte die ganze Zeit das unterschwellige Gefühl, dass etwas nicht stimmt, dass sich mein Leben ändern muss, aber ich wusste nicht, wo und vor allen Dingen, wie ich anfangen sollte, erklärte mir Uwe zwei Jahre nach seinem Herzinfarkt. Geschichten wie diese erlebe ich in meinen Workshops zuhauf, nämlich Unternehmer und Führungskräfte, die hervorragende Arbeit leisten und im klassischen Sinne sehr erfolgreich sind. Dieser Erfolg geht aber immer auf Kosten eines anderen Lebensbereichs. Und alle haben eines gemeinsam. Das nagende Gefühl, dass etwas nicht richtig läuft, dass sie etwas ändern müssen und auch, dass ihnen die Entscheidung schwerfällt. Wie bei Uwe. Ihnen allen fehlt der Überblick, wie der aus dem Flugzeugfenster, aus 30.000 Fuß Höhe. Für Außenstehende sind die Schieflagen in unserem Leben meist einfach zu erkennen und von außen betrachtet, fällt es immer leicht, Missstände aufzudecken und entsprechende Ratschläge zu erteilen. Aber wenn Sie selbst im Hamsterrad stecken, die täglichen Verpflichtungen Ihnen die Sicht rauben, dann ist guter Rad teuer. Dann ist es höchste Zeit, sich einmal einen Weitblick zu verschaffen, die Linse aufzuziehen, die Scheuklappen abzulegen und das Gesamtbild zu betrachten. Damit das gelingt, habe ich das Konzept der Lebenskunden entwickelt, das Kernstück des Navis fürs Leben. Mit diesen Lebenskunden bekommen Sie die Übersicht, die Ihnen im Hamsterrad der Verpflichtungen fehlt. Das Konzept der Lebenskunden gibt einen Überblick, wie es um Ihr Leben steht. Mit den Lebenskunden können Sie auf einen Blick erkennen, in welchem Ihrer Lebensbereiche Handlungsbedarf besteht, welche Dinge gut laufen und in welchen Bereichen Sie sich entspannt zurücklehnen können. Dieses Kontensystem und die Struktur sind sehr individuell, so wie unsere Leben. Statt sich in feste Strukturen einzuzwängen, wie es so gut wie alle anderen Lebensplanungstools vorsehen, gibt das Navi fürs Leben Ihnen hier die komplette Freiheit. Das System der Lebenskunden ist relativ einfach und sollte in den folgenden Schritten durchlaufen werden. Lebenskunden, Schritt 1 Als erstes erstellen Sie eine Liste mit allen Lebensbereichen, die Ihnen wichtig sind. Das sind Ihre Lebenskunden. Das können Ihr Lebenspartner, Ihre Kinder, Ihre Familie, der Beruf, Spiritualität, Finanzen oder Ähnliches sein. Notieren Sie am besten direkt alle Ihre Lebenskonten, alle Bereiche, die Sie und Ihr Leben auszeichnen. Anschließend sortieren Sie Ihre Lebenskonten nach Priorität. Das heißt, das wichtigste Lebenskonto steht an oberster Stelle. Erstellen Sie eine Liste Ihrer persönlichen Lebenskonten und sortieren Sie diese nach Priorität. Meine Lebenskonten Stand 2020 sehen wie folgt aus. Erstens Gott, Spiritualität Zweitens Ich, Gesundheit Drittens Ich, Ruhe Viertens Ich, Persönlichkeit Fünftens Sonja, meine Frau Sechstens Kinder Siebtens Freunde Achtens Beruf Neuntens Finanzen Und zehntens ehrenamtliche Tätigkeit Weitere mögliche Lebenskonten sind zum Beispiel Eltern, Geschwister, erweiterte Familie, Tiere, Hobbys, Spaß, Leidenschaft, Heim, Kunst, Werte. Der Fantasie und den eigenen Bedürfnissen sind keine Grenzen gesetzt. Wenn ich das Kontenmodell und die Liste meiner eigenen Lebenskonten vorstelle, werde ich oft gefragt, ob das nicht egoistisch oder gar egozentrisch sei, sich selbst über alles andere, bis auf Gott, zu stellen. Eine durchaus berechtigte Frage. Als Antwort gebe ich immer eine Analogie aus dem Flugzeug. Sie kennen bestimmt die Sicherheitshinweise vor dem Start. Da wir diese schon hundertmal gehört haben, hören wir gar nicht mehr richtig hin. Dabei ist die Stelle, wo das Bordpersonal auf die Sauerstoffmasken hinweist, sehr interessant, da wir diese eins zu eins auf unser Leben übertragen können. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie diese über Mund und Nase. Legen Sie zuerst Ihre eigene Maske an, bevor Sie Kindern und anderen helfen. Bevor Sie sich um andere kümmern, müssen Sie sich zuallererst um sich selbst kümmern. Nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie auch gut für andere da sein. Nur wenn Sie mit Sauerstoff versorgt sind, können Sie dafür sorgen, dass auch andere genügend Sauerstoff haben. Genau wie im Flugzeug ist es in Ihrem Leben. Nur wenn es Ihnen gut geht, können Sie ein guter Ehepartner, eine gute Mutter, ein guter Vater und ein guter Chef sein. Sich gut um sich und sein Wohlergehen zu kümmern, ist die Grundvoraussetzung, um für andere da zu sein. Der deutsche Philosoph Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 bis 1872, wusste bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu berichten, Generell neigen wir dazu, uns hinten anzustellen und den Bedürfnissen anderer den Vorzug zu geben. In meinen Workshops erlebe ich häufig, dass gerade Frauen oft dazu neigen. Sie kümmern sich aufopfernd um ihre Familie und bleiben dabei selbst auf der Strecke. Ein Fehler. Nur wenn wir uns gut um uns und unser Wohlbefinden kümmern, nur dann können wir gut für andere da sein. Sich selbst die höchste Priorität zu geben, hat also nichts Egoistisches oder gar Egozentrisches. Eher im Gegenteil. Es ist ihre Pflicht, sich zuallererst um ihr eigenes Wohlergehen zu kümmern. Ich persönlich kann das uneingeschränkt bestätigen. Meine Firmen liefen am besten, wenn es mir gut ging. Ich bin ein ausgeglichener und fürsorglicher Vater, Ehemann und Freund, wenn ich persönlich ausgeglichen, glücklich und mit mir im Reinen bin. Lebenskonten Schritt 2 Im nächsten Schritt betrachten Sie jedes Ihrer Lebenskonten wie ein Bankkonto. Manche sind prall gefüllt, einige ausgeglichen und manche seit Jahren hoffnungslos überzogen. Den Kontostand sollten Sie quantifizieren und mit einer Zahl von minus 10 bis plus 10 festlegen. So könnten Sie zum Beispiel den Kontostand für das Konto Gesundheit mit plus 5 definieren. Diese Zahl ist rein subjektiv. Objektiv und mit einer wasserdichten mathematischen Formel ist der Kontostand nicht zu ermitteln. Das ist aber auch überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sie für sich festlegen, wie zufrieden Sie mit dem Ist-Zustand des Kontos sind und dafür definieren Sie eine Zahl. Für die Übersichtlichkeit empfehle ich, alle Konten und die zugehörigen Werte in einem Balkendiagramm darzustellen. So haben Sie auf einen Blick alle Bereiche Ihres Lebens in der Übersicht. Sie erhalten ein umfangreiches Bild über Ihr Leben. Diese Art von Übersicht gibt einen klaren Blick auf Ihr Leben sowie über alle Ihnen wichtigen Lebensbereiche und identifiziert die defizitären Lebensbereiche. Übung Wie sieht das Balkendiagramm Ihres Lebens aus? Vergeben Sie Kontostände und sehen Sie so einmal aus der Vogelperspektive auf Ihr Leben hinab. Einen Vordruck für die Übersicht erhalten Sie unter www.lasbobach.de Sind Sie zufrieden mit Ihrem Kontenplan? Haben sich eventuell Dinge ergeben, die Sie so nicht erwartet hätten? Oder ist alles im grünen Bereich und sämtliche Lebenskonten im Plus? Egal wie das Ergebnis aussieht, diese ehrliche Ist-Analyse Ihrer jetzigen Situation ist enorm wichtig. Denn nur wenn Sie wissen, wo Sie derzeit stehen, können Sie auch den richtigen Weg einschlagen, um Ihr Leben nachhaltig zu verbessern. Wie bei dem Navi im Auto. Ohne GPS-Signal, das den aktuellen Standort ermittelt, kann keine Route zum Wunschziel kalkuliert werden. Bringen Sie Ihre Konten ins Gleichgewicht. Oft ergibt diese erste Übersicht ein Ungleichgewicht. Einige Lebenskonten sind im Plus und einige hoffnungslos überzogen, wie bei Uwe. Seine Kontenberuf und Finanzen waren deutlich im Plus, während sich die familiären Konten um die Nulllinie bewegten. Entscheidend war das Konto Gesundheit, dessen Stand minus 9. Diese mangelnde Balance ist keine Seltenheit und oft der Grund für das unterschwellige, ungute Gefühl, das viele mit sich herumtragen. Dieses Gefühl, dass etwas nicht stimmt in Ihrem Leben, dass sich etwas ändern muss. Denn Ihre Zufriedenheit wird von dem Lebenskonto mit dem niedrigsten Kontostand bestimmt. Egal, wie positiv es um alle anderen Konten bestellt ist, der niedrigste Kontostand dominiert, so sehr wir auch versuchen, das zu verdrängen. Um sich dieses Zusammenspiel zu verdeutlichen, hier ein kurzes Beispiel. Stellen Sie sich ein Holzfass vor. Eines dieser Fässer, die aus länglichen Holzstäben, Dauben genannt, hergestellt werden. Jedes dieser Holzstäbe repräsentiert ein Lebenskonto. Wenn Sie das Fass füllen wollen, gelingt das immer nur so hoch, wie die niedrigste Daube reicht. Egal, wie weit die anderen Dauben nach oben ragen. Das kürzeste Brett bestimmt den Füllstand. Genauso ist das in unserem Leben. Auch wenn viele der Lebenskonten deutlich im Plus sind, bestimmt der niedrigste Kontostand unser Glück, Wohlergehen und letztendlich den Erfolg. Was bringt finanzieller Reichtum, wenn sich der Ehepartner abgewendet hat? Was haben Sie von allem beruflichen Erfolg, wenn Ihre Gesundheit nur wenig Lebensqualität zulässt? Ausgeglichenheit ist also der Schlüssel zum Erfolg. Sind alle Lebenskonten ausgeglichen, sind das empfundene Glück und die damit einhergehende Zufriedenheit und Lebensqualität eine ganz andere als bei einem unausgewogenen Leben mit Kontoständen im Nirwana. Im Gegensatz zu dem mittlerweile abgegriffenen Begriff Work-Life-Balance bevorzuge ich die Bezeichnung Work-Life-Integration. Für mich geht es darum, seine Arbeit gut in sein Leben einzupassen, zu integrieren. Schließlich ist unsere Arbeit ein Bestandteil unseres Lebens und gerade bei Unternehmern ein sehr großer Bestandteil. Wir müssen unser Unternehmen gut in unser Leben einpassen. Der Begriff Work-Life-Balance deutet dagegen auf zwei komplett separate Bereiche hin, die ich in Balance halten muss. Ein völliger Quatsch, da gibt es keine Balance. Ein erfolgreiches Leben besteht darin, die Arbeit, das Unternehmen so in das Leben zu integrieren, dass kein Bereich, kein Lebenskonto zu kurz kommt. Die Work-Life-Integration gelingt nur, wenn alle Lebenskonten ausgeglichen sind. Wenn Sie sich mit der Lebensplanung beschäftigen und Ihr eigenes Navi fürs Leben entwerfen, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen, dass Sie Ihrem Unternehmen, Ihrer Selbstständigkeit einen zu großen Platz eingeräumt haben. Sie investieren den größten Teil Ihrer Zeit in dieses Lebenskonto, obwohl es in der Regel relativ gut dasteht. Dazu kommt noch, dass Ihr Konto Beruf-Unternehmen meist nicht in der Liste der Lebenskonten in der ersten Hälfte zu finden ist. Es also gar nicht die Priorität und damit auch Relevanz der anderen Lebenskonten hat. Diesen Widerspruch können Sie nicht auflösen, indem Sie versuchen, eine Balance herzustellen. Es geht um eine Integration und genau da setzt das Navi fürs Leben mit den Lebenskonten an. Das Ziel sollte also sein, alle Ihre Lebenskonten ins Gleichgewicht zu bringen und die negativen Kontostände ins Positive zu drehen. Fokussieren Sie sich auf die Konten, die verbessert werden müssen. Diesen Lebensbereichen widmen Sie ab sofort Ihrer volle Konzentration. Daher nenne ich diese Lebenskonten auch die Fokuskonten. Dabei sollten Sie maximal drei Fokuskonten festlegen. Mehr führt in der Regel zum Verzetteln und zu keinem Fortschritt. Suchen Sie sich also maximal drei Lebenskonten aus, die Sie in den nächsten zwölf Monaten verbessern wollen. Sollten Sie mehr als drei Konten im Minus haben, widmen Sie sich den drei Konten mit der höchsten Priorität. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die wichtigsten der drei defizitären Lebenskonten. Machen Sie sich in diesem Zusammenhang bewusst, dass Sie die defizitären Konten meist nur zulasten der peilgefüllten Konten verbessern können. Das ist vollkommen in Ordnung. Aufgrund des guten Kontostands besteht hier kein akuter Handlungsbedarf. Schließlich war es vorher genau umgekehrt. Die Fokuskonten sind nur so weit ins Minus gerutscht, da Sie sich zu viel mit den jetzt deutlich positiven Konten beschäftigt haben. Beispiel Uwe, der Unternehmer mit der Herzinfarktkarriere, hätte sich ein solches Balkendiagramm vor Jahren gewünscht. Ihm wäre mit einem Blick aufgefallen, dass seine Konten Beruf und Finanzen gut im Plus standen und dass im Bereich Gesundheit Handlungsbedarf bestand. Damals, vor den Niagara-Fällen, wäre eine Umkehr noch möglich gewesen. Hätte er sich damals auf seine Gesundheit konzentriert, wäre manches anders gelaufen. Lebenskonten, Schritt 3 Im dritten Schritt gilt Ihre ganze Aufmerksamkeit den Fokuskonten. Für jedes dieser Konten definieren Sie nacheinander den Idealzustand, Halten die Realität ganz ehrlich fest und überlegen sich Maßnahmen und Meilensteine, wie Sie diesen Lebensbereich wieder ins Plus führen können. Aber eins nach dem anderen. Malen Sie sich als erstes aus, wie das Konto aussehen würde, wenn es prall gefüllt ist. Wie wäre das Ideal dieses Kontos? Stellen Sie sich die rosige Zukunft dieses Lebensbereiches vor, der Sie motiviert, dieses Ideal zu erreichen. Dieses Idealbild kann ich mir wie ein Zielfoto vorstellen, wenn ich das Lebenskonto so gefüllt habe, dass ich zu 100% zufrieden damit bin. Ihre persönliche Traumreise in eine perfekte Zukunft. Wenn Sie dieses Foto vor Ihrem geistigen Auge sehen, sollten Sie es gar nicht mehr erwarten können, endlich loszulegen. So motivierend und ansprechend muss dieses Idealbild sein. Das Ideal des Lebenskontos ist meine persönliche, rosige Zukunft. So könnte zum Beispiel das Idealbild für das Konto Gesundheit aussehen. Ich bin schlank und stark. Ich erfreue mich einer außerordentlichen Gesundheit und bin sehr fit. Mein Herz ist stark, meine Vienen sind frei. Dank meines guten Immunsystems bin ich gegen Krankheiten und Allergien gewappnet. Ich bewege mich an mindestens 5 Tagen die Woche und ernähre mich gesund. Das ist das Ziel, das ich in mein Navi fürs Leben einprogrammiere und das ich erreichen möchte. Als nächstes ermittle ich den derzeitigen Kontostand dieses Lebenskontos. Ich mache mir die Realität bewusst und halte auch diese schriftlich fest. Dabei ist es wichtig, die Situation so ehrlich und objektiv wie möglich zu analysieren. Schönfärberei hilft an dieser Stelle nicht. Denn nur wenn ich genau weiß, wo ich im Vergleich zu meinem Ideal stehe, weiß ich auch, wo und wie ich mich verbessern muss. Ihr Navi fürs Leben braucht den genauen Startpunkt, um den besten Weg zu Ihrem Idealbild zu kalkulieren. Seien Sie beim Ermitteln der Realität Ihrer Fokuskunden ehrlich und objektiv. Im Konto Gesundheit könnte das wie folgt aussehen. Bei den Fokuskunden besteht immer eine Differenz zwischen dem Idealzustand und der Realität. Im letzten Schritt halten Sie daher Maßnahmen und Meilensteine fest, wie Sie die Fokuskunden von Ihrem Ist in den Idealzustand führen können. Überlegen Sie sich dabei genau, welche Maßnahmen notwendig sind, um den Kontostand signifikant zu verbessern und setzen Sie sich auch Meilensteine, die Sie zu einem fest definierten Zeitpunkt erreicht haben wollen. Halten Sie Maßnahmen für die Verbesserung der Fokuskunden fest und setzen Sie realistische Meilensteine. Um beim Beispiel des Kontos Gesundheit zu bleiben, könnten die Maßnahmen und Meilensteine wie folgt aussehen. Zweimal pro Woche joggen. Jeden Morgen Stretching, Bauchtraining, Liegestütze. Kompletter Verzicht auf Fast Food. Gewicht jeden Tag protokollieren und bis zum 31.12. auf 90 kg reduzieren. Teilnahme am 10 km Volkslauf am 16. August. Noch einmal, weil es so wichtig ist. Als Unternehmer und Selbstständiger sind Sie es in der Regel gewöhnt, sich Ziele zu setzen und diese auch zu verfolgen. Das ist gut. Da es Ihnen leicht fällt, setzen Sie sich diese Ziele meist in den Bereichen oder Lebenskunden, die schon deutlich im Plus sind. Das ist schlecht, denn so driften die Konten, um die wir uns eigentlich kümmern müssten, immer weiter ins Minus und die Niagara-Fälle nach Tony Robbins sind nicht weit entfernt. Fokussieren und konzentrieren Sie sich in Ihrem Navi fürs Leben in den nächsten zwölf Monaten daher ausschließlich auf die verbesserungswürdigen Lebenskonten, den Fokuskonten. Ein erfolgreiches Leben ist nur möglich, wenn alle unsere Lebenskonten im Plus sind. Die Löffelliste In dem Film The Bucket List spielen Morgan Freeman und Jack Nicholson zwei krebskranke Männer, die angesichts ihres kurz bevorstehenden Todes gemeinsam eine Liste von Dingen erstellen, die sie schon immer unternehmen wollten. Eine Bucketliste. Ein schöner, anrührender Film, der einem vor Augen führt, wie wertvoll das Leben an sich ist und wie bereichernd eine solche Liste mit Herzenswünschen sein kann. Im Gegensatz zu den beiden Protagonisten im Film sollten Sie nicht bis zu einer solchen Diagnose warten. Je früher Sie Ihre Wünsche und Ziele in einer solchen Liste festhalten und diese dann auch angehen, desto besser. Also, fangen Sie am besten direkt damit an. Der deutsche Begriff Löffelliste gefällt mir persönlich in diesem Zusammenhang deutlich besser. Nicht nur, dass das Wort an sich viel schöner ist, der Begriff bringt auch den Kerngedanken dieser Liste auf den Punkt. Was möchten Sie machen, bevor Sie den Löffel abgeben? Die Löffelliste ist die To-Do-Liste für Ihr Leben. Der Klassiker für die meisten Löffellisten ist der Fallschirmsprung. Einmal aus dem Flugzeug springen und den freien Fall genießen. Für mich, der mit Höhenangst zu kämpfen hat, eine Horrorvorstellung. Aber der Fallschirmsprung ist ein gutes Beispiel für Dinge, die auf eine Löffelliste gehören. Mutige Dinge. Nicht das Alltägliche, Gewöhnliche, Langweilige. Nein, Sie müssen Dinge auf Ihre Löffelliste schreiben, bei denen sich schon beim Notieren der Magen zusammenzieht. Dazu stelle ich in meinen Vorträgen und Workshops immer folgende Frage. Was würden Sie tun, wenn Sie super mutig wären? Lassen Sie diese Frage einmal kurz nachwirken. Was ist Ihnen sofort in den Kopf geschossen? Was war der erste Gedanke, der Ihnen dazu gekommen ist? Genau das gehört auf Ihre Löffelliste. Vielleicht träumen Sie als Top-Führungskraft schon immer von einem eigenen Unternehmen. Sie wollen endlich selbstständig sein. Oder Sie wollen auswandern und noch einmal bei Null anfangen. Eventuell träumen Sie schon seit Jahren von einem Jahr Sebatchel oder der Reise mit dem Camper quer durch Südamerika. Das alles gehört auf Ihre Löffelliste. Aber auch große Ziele und Visionen gehören auf eine solche Liste. Eine Rede im Bundestag halten, ein DAX-Unternehmen aufbauen, den Mount Everest besteigen. So etwas in der Art. Nichts ist verboten. Es kann im ersten Schritt gar nicht groß und ambitioniert genug sein. Denken Sie groß und formulieren Sie große, ambitionierte Ziele. Die beste Art, mit seiner eigenen Löffelliste zu beginnen, ist ein sogenannter Braindump. Also alles einmal raus aus dem Kopf und aufs Papier. Ohne Struktur, Wertung oder Nachdenken. Fragen Sie nur nach dem Was, nicht nach dem Wie. Alles, was einem so einfällt, erst einmal aufschreiben. Abwägen und Prioritäten vergeben Sie später. Versuchen Sie ganz bewusst die Frage nach dem Wie auszublenden. Damit blockieren Sie sich um den Gedankenfluss. Sobald Sie sich mit dem Wie beschäftigen, sind Sie zu sehr im Kopf, im Abwägen und weniger in der Intuition und damit im Herzen. Sollten Sie sich mit dem Braindump und der freien Art schwer tun, dann können Sie sich an den folgenden vier Fragen orientieren. Erstens, was möchte ich sein? Überlegen Sie, was Sie schon immer einmal sein wollten. Bundeskanzler? Ein guter Koch? Marathonläufer? Autor? Zweitens, was möchte ich machen? In dieses Feld passen alle Aktivitäten, die Sie unbedingt unternehmen wollen. Den Sommer auf einer Almhütte verbringen. Golf im Augusta National spielen. Einen Tauchkurs auf den Malediven machen und so weiter. Drittens, was möchte ich besuchen? Reisen und die damit verbundenen Erlebnisse gehören auf jede Löffelliste. Halten Sie alle Reiseziele fest, die Ihnen schon immer im Kopf herumschwirren. Hawaii, Island, Galapagos oder auch das Sauerland. Viertens, was bedeutet Erfolg für mich? Als Unternehmer müssen Sie die Löffelliste unbedingt auch mit Ihren beruflichen Zielen füllen. Denken Sie an die Work-Life-Integration. Was hatten Sie sich zu Anfang des Buches als Ihren persönlichen Erfolg notiert? Gehen Sie bei dieser Frage in die Zukunft und malen Sie sich aus, wie diese aussehen wird. Welche Erfolge werden Sie feiern? Welche Ziele verbinden Sie mit beruflichem Erfolg? Ist es das Projekt 50.4 aus der Einleitung? Sind der Firmenverkauf und die damit verbundene finanzielle Unabhängigkeit Ihr Ziel? Oder wollen Sie Unternehmen zu einem Global Player ausbauen? Für einige gehören auch die Dinge, die man gerne besitzen möchte, auf eine Löffelliste. Für mich nicht. Aus materiellen Dingen und Konsum schöpfen wir langfristig keine Freude. Daher bin ich kein Freund davon, Besitztümer zu notieren. Papst Franziskus meint dazu, das eigene Glück, darin zu suchen, materielle Dinge zu besitzen, ist ein sicherer Weg, um nicht glücklich zu sein. Aber das können Sie selbstverständlich anders sehen. Falls dem so ist, beantworten Sie sich auch die Frage, was möchte ich besitzen? Die ersten Punkte auf einer Löffelliste sind in der Regel schnell gefunden. Wenn der Gedankenfluss stockt, haben Sie sich sehr wahrscheinlich in einer Wie-Frage verfangen. Zum Beispiel, wie soll ich ein Jahr zur Bachelor finanzieren? Wie bringe ich meinem Partner bei, dass ich auswandern möchte? Bleiben Sie hartnäckig. Blenden Sie das Wie bewusst aus. Wenn Ihnen das gelingt, geht es meistens so richtig los. Die Ideen und Wünsche fließen nur so aufs Papier. Nehmen Sie sich für den ersten Entwurf Ihrer Löffelliste ungestörte Zeit und begeben Sie sich an einen ruhigen Ort. Sie werden erstaunt sein, was da alles zutage kommt und wie viel Spaß es macht, Ihre Löffelliste zu füllen. Notieren Sie mindestens 40 Punkte auf Ihrer Löffelliste. Steht der erste Entwurf Ihrer To-Do-Liste fürs Leben, vergeben Sie Prioritäten. Markieren Sie die zehn wichtigsten Punkte der Liste, die Sie in Ihrem Leben unbedingt noch erreichen oder machen wollen. Auch hier stellen Sie die Wie-Frage noch nicht. Folgen Sie nur Ihrem Herzen. Dazu passt auch das eingangs erwähnte Buch der Palliativpflegerin Bronnie Ware. Denn Sterbende bereuen am häufigsten ihren mangelnden Mut, das eigene Leben zu leben. Zu oft leben wir nach den Vorstellungen anderer, den Eltern, den Freunden, den Kollegen oder den Nachbarn. Wir wollen es vielen Menschen recht machen und achten viel zu sehr darauf, was unser Umfeld von uns denkt oder von dem wir glauben, was es denkt. Die Löffelliste hilft Ihnen, den Fokus auf die Dinge zu legen, die Ihnen wichtig sind und zwar nur Ihnen, unabhängig von Ihrem Umfeld. Sie unterstützt Sie dabei, Ihr eigenes Leben zu leben. Was würden Sie am Ende Ihres Lebens bereuen, wenn Sie es nicht gemacht hätten? Auf diese markierten zehn Punkte müssen Sie sich konzentrieren. Auch wenn die anderen Punkte noch so reizvoll erscheinen, Sie haben nur Bedingzeit und klare Prioritäten helfen, sich nicht zu verstricken. Fokussieren Sie sich ganz auf die Punkte, aber lassen Sie Ihre anderen Ideen und Wünsche ruhig auf der Liste stehen. Ergänzen Sie die Liste auch immer mal wieder, wenn Sie eine neue Idee oder einen Einfall haben. Eine Löffelliste muss leben. Ich persönlich arbeite seit über zehn Jahren mit meiner Löffelliste. Einige Punkte konnte ich bereits abhaken. Die Prioritäten haben sich über diese Zeit deutlich verschoben und einige Wünsche haben an Glanz verloren. Es sind aber auch neue, spannende Dinge hinzugekommen. Eine mit Herzenswünschen geführte Löffelliste verändert sich stetig, wie das Leben. Alles hat ein Ende. Der Erfolgsautor Stephen Covey bringt es in seinem Bestseller Die sieben Wege zur Effektivität auf den Punkt. Begin with the end in mind. Frei übersetzt, beginne mit dem Ende. Was er genau damit meinte, erläuterte er im Jahr 2000 in einem Interview mit dem Magazin Fokus. Dabei ging es vordergründig um die damals aufziehenden Technologien wie E-Mail und Mobiltelefon und die daraus resultierende Dringlichkeitssucht. Auf die Frage nach dem besten Tool, um dieser Dinge Herr zu werden, kam die Antwort schnell und eindeutig. Die eigene Grabrede. Wenn Sie das, die eigene Grabrede schreiben, einmal richtig gemacht haben, dann halten Sie damit ein Werkzeug in den Händen, mit dem Sie Ihre wichtigsten Rollen im Leben organisieren können. So, dass Sie beispielsweise Ihre Familienrolle nicht wegen der Arbeit vernachlässigen, dass Sie Ihre Gesundheit nicht im Namen von Freunden vernachlässigen, dass Sie Ihre Integrität nicht der Effizienz opfern, so Stephen Covey in diesem Interview. Auch wenn diese Aussage über 20 Jahre alt ist, ist sie akuter denn je. In unserem Hochgeschwindigkeitsalltag verlieren wir die wichtigen Rollen in unserem Leben aus den Augen und setzen so die falschen Prioritäten. Begin with the end in mind bedeutet also, sich mit der eigenen Endlichkeit, dem eigenen Tod zu beschäftigen und eine Grabrede für die eigene Beerdigung zu schreiben. Mit dieser zugegebenermaßen nicht einfachen Übung sortieren Sie Ihre Prioritäten. Sie machen sich Ihre Werte bewusst und die wirklich wichtigen Dinge rücken in den Fokus. Das Laute, Dringliche verliert die Relevanz und es bleibt das, was zählt. Denn eines ist sicher, am Ende Ihres Lebens sollte sich niemand daran erinnern, wie viel Sie gearbeitet haben, wie aufgeräumt Ihr Schreibtisch war, wie pünktlich Sie Ihre Angebote abgegeben haben, welche Autos Sie besessen haben oder wie voll Ihr Bankkonto war. Die Menschen sollten sich vielmehr daran erinnern, welche Rolle Sie in Ihrem Leben gespielt haben, wie Sie sich in Ihrer Gegenwart gefühlt und wie Sie sie im Herzen berührt haben. Und nur das ist es, was zählt. Wir alle teilen das gleiche Schicksal, nämlich, dass unsere Zeit hier auf Erden begrenzt ist und wir alle einmal gehen werden. Mit der Grabrede wird Ihnen dies noch einmal deutlich vor Augen geführt. Und alles, was eben noch so wichtig und unausweichlich erschien, verblasst bei dem Gedanken an die eigene Endlichkeit. Wie möchten Sie auf Ihr Leben zurückblicken? Mit welchen Gedanken sollen die Menschen, die Ihnen am meisten bedeuten, Sie und Ihr Leben in Erinnerung behalten? Die Gedanken an die eigene Endlichkeit rückt die Werte und die Prioritäten immer zurecht. Auch Steve Jobs, der Gründer und langjährige Chef von Apple, hat viel Positives mit dem Tod verbunden. In seiner bekannten Rede vor den Absolventen der Stanford-Universität im Jahr 2005 sagte er, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich bald sterben werde, ist mein wichtigstes Hilfsmittel, um weitreichende Entscheidungen zu treffen. Fast alles, alle Erwartungen von außen, aller Stolz, alle Angst vor Peinlichkeit oder Versagen, das alles fällt im Angesicht des Todes einfach ab. Nur das, was wirklich zählt, bleibt. Sich daran zu erinnern, dass man eines Tages sterben wird, ist in meinen Augen der beste Weg, um nicht zu denken, man hätte etwas zu verlieren. Man ist bereits nackt. Es gibt keinen Grund, nicht dem Ruf des Herzens zu folgen. Nehmen Sie sich eine Auszeit, in der Sie Ihre eigene Grabrede formulieren. So sorgt das Schreiben der eigenen Grabrede auch dafür, dass wir den Mut entwickeln, unser eigenes Leben zu leben, dass wir auf unser Herz hören und nicht auf das, was wir glauben, was andere von uns denken oder erwarten. Gerade wir Unternehmer neigen dazu, vieles unserer Firma unterzuordnen, unsere Familie, unsere Freunde und viel zu oft auch unsere Gesundheit. Wir sind vielen Erwartungen ausgesetzt. Wir wollen es unseren Kunden, unseren Lieferanten und natürlich auch unseren Mitarbeitern recht machen. Uns plagt das schlechte Gewissen, wenn wir uns in der Woche einen Nachmittag freinehmen, um etwas mit der Familie zu unternehmen. Schreiben Sie Ihre Grabrede, rücken Sie Ihre Prioritäten zurecht und lösen Sie sich von diesem schlechten Gewissen. Übung Für das Schreiben der eigenen Grabrede empfehle ich eine Auszeit. Machen Sie Urlaub mit sich selbst und ziehen Sie sich zurück. Gehen Sie tief in sich und lassen Sie alle Emotionen zu. Denken Sie an die Menschen, die Ihnen wirklich wichtig sind und überlegen Sie, was diese am Ende Ihres Lebens über Sie sagen sollen. Auch wenn es anfangs nicht leicht ist, sich darauf einzulassen, kann ich Ihnen die Beschäftigung mit der eigenen Endlichkeit nur ans Herz legen. Es lohnt sich. Schreiben Sie Ihre Grabrede. Unsere Zeit ist begrenzt. Nutzen Sie sie deshalb so sinnvoll wie möglich. Die Gegenprobe Mit dem fertiggestellten Navi fürs Leben haben Sie Ihre Ziele und Prioritäten wieder im Blick. Sie haben sich Ihre Werte bewusst gemacht und können viel einfacher den Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben lenken. Zur Gegenprobe sollten Sie sich jetzt einmal den Kapitel Schärfen Sie den Fokus vorgestellt und von Ihnen ausgefüllte Eisenhower-Matrix betrachten. Würden Sie die Eintragung wieder so vornehmen oder hat sich der Fokus bereits etwas verschoben? Gerade die letzte Übung, die Grabrede, rückt die Prioritäten immer ins rechte Licht. Das Wichtige wird sichtbar und liegt auf der Hand. Ihnen ist 100%ig klar, was in Ihrem Leben wirklich zählt und was dagegen nur störender, dringender Lärm ist. Prüfen Sie die Eisenhower-Matrix erneut und verschieben Sie die Eintragungen nach den Erfahrungen, die Sie beim Erstellen des Navis fürs Leben gemacht haben. Takeaway Für eine gute Work-Life-Integration nutzen Sie als Unternehmer eine Lebensplanung, das Navi fürs Leben und werden Sie sich so Ihrer Werte, Ziele und Verbesserungspotenziale bewusst. Erstens, entwerfen Sie Ihren Lebensplan, Ihr eigenes Navi fürs Leben. Zweitens, verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Ihre Lebensbereiche mithilfe des Kontensystems. Drittens, geben Sie sich selbst immer die höchste Priorität. Viertens, halten Sie alle Ihre Ziele in einer Löffelliste fest. Und fünftens, schreiben Sie Ihre eigene Grabrede und werden Sie sich so Ihrer Werte und Prioritäten bewusst.